Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es darum, wie ihr Fehler behandeln könnt bzw. erstmal finden könnt, wenn ihr mit eurem Backend kommuniziert. Und ja, es ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, denn Fehler können immer wieder auftreten. Fehler sind einfach normal. Das ist ganz okay, wenn der Server zum Beispiel überlastet ist, dann schafft das halt vielleicht nicht jeden Call rechtzeitig zu beantworten. Und dann tritt halt ein Timeout ein und alles geht den Bach runter sozusagen. Das macht aber eigentlich nichts, denn ihr könnt hier super mit Fehlern umgehen und das ist eigentlich auch super gut, denn Angular stellt euch wieder mal alles zur Verfügung, was ihr braucht. Okay, kleine Anmerkung, wir haben die letzten paar Videos mit der Crypto Compare API gearbeitet, die uns einfach den Preis von einem Ethereum in Bitcoin bzw. Dollar und Euro ausgeht. Das ist jetzt nichts Spannendes, müsst ihr auch nicht so machen, das ist nur ein Beispiel, weil ich selber natürlich hier keine API gerade habe, weil wir ja Angular machen. Mit Angular schreibt man keine API, sondern man benutzt sie nur. Und ja, wir haben jetzt hier dieses Observe Response drin gehabt. Das schmeiße ich hier mal wieder raus an der Stelle, das brauchen wir nämlich nicht. Na, wo sind wir denn? Das Komma muss natürlich dann auch noch raus. Okay, so und was wir jetzt hier bekommen, ist ganz einfach das ganz normale JSON-Format für eben unsere Daten. Dabei kann jetzt natürlich irgendwas schief gehen. Also das ist jetzt ein simpler Call, das haben wir im ersten Video zum Backend, also zur Kommunikation mit dem Backend gemacht. Das ist eigentlich ganz simpel, aber das Problem ist natürlich, hierbei kann was schief gehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das mache, dann haben wir ein Problem, denn diese Adresse gibt es überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Seite angucke, dann haben wir hier einen ÖP-Fehler. Name Error, also Net Error Name Not Resolved. Das Problem ist natürlich einfach, diese Seite gibt es gar nicht, weil da muss ein Bindestrich dazwischen sein, sonst findet es den Server einfach nicht. Ja, wir sehen aber natürlich auch hier trotzdem, unsere Console.log Data funktioniert trotzdem ganz wunderbar. Also, was heißt, es funktioniert ganz wunderbar. Es liefert uns auf jeden Fall was und zwar sehen wir hier, ja, Fehler, Fehler, Fehler und Fehler. Und das ist vielleicht, naja, nicht ganz so geil, wenn man hier einfach eine Milliarde Fehler abgibt, aber wir können uns auch das hier angucken. Das hier unten war der Fehler, genauer gesagt und das hier ist hier ein OK-False, das haben wir schon gesehen. Das ist eigentlich das, was ich euch letztes Mal schon gesagt habe, wenn hier OK nicht auf True ist, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht. Und, ja, es gibt noch angenehmere Varianten, wie ihr hiermit umgehen könnt. Und die schauen wir uns eben heute an. Und zwar gibt es hier ein weiteres Ding, also wir haben hier Next Data, bilden wir ab auf das da. Und es geht weiter, wir sind nämlich nach Data noch nicht unbedingt fertig, sondern wir machen ein Komma, denn es gibt noch einen zweiten Parameter. Und hier sehen wir auch Error, das ist wieder mal freiwillig natürlich, können wir abbilden auf irgendwas. Deswegen sagen wir jetzt hier einfach mal Error, ja, okay, wir nennen ihn L, abgebildet auf, und ja, wir sehen hier, Error steht vorne dran. Das ist sozusagen das, was passiert, wenn ein Fehler ist. Das müsst ihr, wie gesagt, nicht eingeben, das ist alles meine IGI, die das Ganze für mich sozusagen anschaulicher darstellt. Und, ja, jetzt kann ich das Ganze einfach wieder abbilden, so wie ich hier meine Daten abgebildet habe, kann ich jetzt hier auch meinen Error abbilden. Zum Beispiel kann ich jetzt hier hinschreiben, console.log something somewhere went terribly wrong. So, okay, und hinten dran natürlich Semikolon, nicht vergessen, sonst geht alles da schon schief. Und ich habe wieder mal die falschen Anführungsstriche genutzt, das ist mir jetzt aber jetzt in dem Fall gerade mal egal. So, und wir sehen hier, okay, es ist tatsächlich irgendwas schiefgelaufen, klar, weil wir hier unseren API-Call nicht durchführen konnten. Jetzt kann das natürlich auch einfach an einem Timeout liegen. Was ist ein Timeout? Ein Timeout bedeutet, ihr fragt die API an und sie antwortet euch fast rechtzeitig, aber leider nicht mehr rechtzeitig, weil sie gerade halt einfach ein bisschen zu überlassen ist, weil Kryptowährungen einfach gerade nur explodieren in alle Himmelsrichtungen. Und jeder möchte diese API benutzen, in unserem Fall jetzt, es kann auch einfach was anderes sein. Also zum Beispiel der Server ist einfach gerade überlastet, weil alle gerade am Zocken sind und ihr habt halt eben irgendwie diese Spiel-API benutzt oder sonst irgendwas. Also meistens, wie gesagt, ist der Server dann einfach überlastet oder das Netzwerk ist tatsächlich überlastet. Also wenn gerade irgendwie derjenige, der eure Website besucht, einfach nur 100.000 Downloads am Laufen hat und 5 Uploads vielleicht auch noch, dann wird sein Ping relativ hoch sein und dann kann es auch mal passieren, dass es am Client liegt. Und ja, in dem Fall gibt es sogenannte Retries. Das heißt, man kann einfach sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass wenn irgendwas schiefgelaufen ist jetzt gerade, das dann einfach dreimal probiert wird, ob das vielleicht später nochmal funktioniert. Und ja, das sieht dann folgendermaßen aus. Da geht ihr hier einfach hinter dieses Get, also da, wo wir im Endeffekt Subscribe drin hatten, schreibt ihr einfach noch einen Punkt, retry, retry und dann die Anzahl an Retries rein, die ihr machen wollt. Also zum Beispiel, lass uns das vielleicht 5 Mal nochmal probieren und dann erst subscriben wir hier hinten dran. Das funktioniert so, allerdings sehen wir natürlich jetzt auch, wir sind ja nicht blind, dass hier irgendwas rot ist. Das heißt, rot ist meistens ein Fehler. In dem Fall ist es kein, ich habe die falschen Anführungsstriche benutzt, sondern es existiert einfach nicht. Dafür stellt euch Angular noch ein sogenanntes RxJS zur Verfügung. Und dieses RxJS ist da eben die Variante, die wir hier gerne nehmen würden. Da kann man auch noch quasi eine eigene Tutorial-Reihe gefühlt dazu machen. Aber ja, man importiert es ein bisschen anders als alles andere. Und zwar schreiben wir hier einfach RxJS, slash, das ist sozusagen in seinem eigenen Unterordner, der aber immer dabei ist irgendwie, add und dann operator, das wird mir schon alles angezeigt, wunderbar. Und dann retry. So, ist auch TypeScript, alles drum und dran. Das ist sozusagen jetzt speziell nur dieses Retry, was ihr hier importiert. Ihr könnt natürlich, wie ihr gesehen habt, auch noch deutlich mehr importieren. Ich zeige es nochmal gerade kurz. Window, Audit, Audit Time, Buffer, Buffer Count und so weiter und so weiter. Also es gibt haufenweise Sachen, die RxJS euch vielleicht noch zur Verfügung stellt, die vielleicht auch nützlich sein könnten. Und ja, aber retry benutzen wir jetzt hier ganz gerne. Jetzt wird einfach 5 Mal probiert, ob das Ganze funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann, ja, dann machen wir eben das hier und ansonsten eben nicht. Also wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Sieht folgendermaßen aus, bam, es funktioniert immer noch nicht. Okay, ja, natürlich. Weil ich habe, ah, ja, okay, jetzt. Aber wir sehen hier, jetzt haben wir 5 Mal den Fehler, beziehungsweise wir haben ihn 6 Mal. Also einmal try und 5 Mal retry, also insgesamt 6 Mal probieren, klar. Und jedes Mal Error Name Not Resolved, da gibt selbst diese API, beziehungsweise unser Code auf. Klar, weil wir gesagt haben, 5 Mal wieder probieren. Ihr könnt ja natürlich auch 100 Mal reinschreiben. Aber da müsst ihr euch wirklich sicher sein, dass diese Anlaufstelle auch wirklich existiert. So, okay, jetzt eine weitere Sache, die ich vielleicht noch für euch habe. Und zwar, ihr könnt hier einem Error auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne einen ganz speziellen Error. Denn es kann zum Beispiel sein, dass es nicht am Backend liegt, also dass keinerlei Verbindungsschwierigkeiten oder sowas besteht. Der Server ist nicht ausgelastet oder sowas. Aber der Server verweigert einfach die Kommunikation mit euch, weil ihr euch nicht authentifiziert habt, weil der Key nicht richtig ist. Meistens hat man auch irgendwie einen API Key, den man benutzen muss oder sowas. Da kann es natürlich dann andere Fehler geben. Und deswegen kann man hier sagen, okay, ich hätte ganz gerne, also es ist einfach jetzt ein Trick, den man sozusagen relativ häufig macht. Den ich euch einfach auch kurz zeigen möchte. Und zwar kann man hierher gehen und kann sagen, Error muss von, ups, ja, 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 Error muss Instance sein von HTTP, Error Response. Dann müssen wir das Ganze hier aber noch in Klammern packen, also hier Error, und dann wird mir das wieder angezeigt, wunderbar. Also Error vom Typ HTTP Error Response. Und jetzt, wenn wir hier Alt Eingabe drücken, wird das Ding automatisch importiert. Ich hätte ganz gerne ein Import Statement, dann wird hier oben das HTTP Error Response, wird mir auch importiert, auch aus Angular Common HTTP. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, folgendes zu machen. Und zwar, es gibt hier zwei Möglichkeiten sozusagen. Einmal if der r.error. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben jetzt dadurch, dass wir den Typ explizit angefordert haben, haben wir natürlich alles zur Verfügung, was uns diese Klasse hier zur Verfügung stellt. Und das ist auch eben diese Error Variable. Und wenn die wiederum Instance of Error ist, dann können wir hier sagen, okay, da ist was passiert, was auf der Client-Seite war, also zum Beispiel was, oder Netzwerk-Seite, also zum Beispiel irgendwas war überlastet, oder der Client ist irgendwie abgeschmiert oder hat irgendwelche wichtigen Scripts geblockt oder sowas. Also auf jeden Fall liegt es nicht am Backend, das können wir mit Sicherheit hier jetzt sagen. Das heißt, ich logge jetzt hier einfach mal, äh, Client zu dumm zum Callen. So, ansonsten aber, else, und das ist ganz wichtig für Debug-Zwecke, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt wissen wir hier, dass das Backend irgendwie euch verweigert hat, mit euch zu kommunizieren. Das heißt, das Backend ist eigentlich mehr oder weniger schuld. Also, es kann natürlich auch am Client liegen, dass irgendwas halt nicht passieren konnte. Also, ihr habt zum Beispiel einen falschen Key oder sowas angegeben, aber dann sagt das Backend einfach, äh, hier, denied. Also, ich lasse es nicht zu, mit euch zu kommunizieren. Und, ähm, das wäre dann hier im Else-Block. Und es möchte offensichtlich von mir, dass ich hier das hier mache und hier ein Leerzeichen reinhaue und hier auch ein Leerzeichen reinhaue, damit das endlich mal hier nicht mehr rot unterkringelt ist. Da, ach, lassen wir jetzt einfach mal. Okay, ähm, ja, und wenn wir jetzt unseren Error nochmal überprüfen, also, das Tolle ist halt, wie gesagt, ich kann hier einfach drauf zugreifen, auf alle Möglichkeiten von eben HTTP Error Response. Ich kann nämlich auch zum Beispiel hier sagen, dass ich, ähm, dass ich hier ganz gerne was ausgeben möchte. Jetzt mache ich das doch mal. Ich kann hier zum Beispiel nämlich auch hergehen und jetzt sagen, R Punkt, und jetzt sehen wir hier alles, was wir zur Verfügung haben. Message, Name, OK, Headers, Status. Status ist übrigens ziemlich wichtig. Ähm, Error haben wir gerade oben schon benutzt und Message hier nochmal. Gut, OK, aber Message haben wir hier oben schon. Also, ja, diese Sachen sind im Endeffekt wichtig. Ähm, hier kann ich natürlich auch einfach die Error Message loggen. Und das sieht dann folgendermaßen aus, wir, ja, wir müssen erstmal kurz neu laden. Hier sehen wir HTTP Failure Response vor und dann Unknown Error, weil eben die Seite nicht mehr existiert. Okay, also so viel zum Thema Fehlerbehandlung hier, was ihr alles machen könnt. Ihr habt hier sehr, sehr viele Optionen natürlich, also Retry und dann eben hier mit den Errors, die wir hier haben, irgendwie loggen oder irgendwas Spezielles machen. Wenn OK von Data nicht drin ist, also von unserer Raw Response, die wir uns letztes Video angeguckt haben, dann ist auch irgendwie ein Fehler passiert. All diese Sachen könnt ihr benutzen, um hier irgendwie Fehler zu vermeiden, beziehungsweise wenn ein Fehler auftritt, irgendwelche Backups einzuspielen. Also zum Beispiel zu sagen, äh, sorry, something went terribly wrong oder so. Ähm, ja, solche Sachen könnt ihr alle machen. Okay, gut, das war's von meiner Seite für heute wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!